So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Steve Simulator. Und ich habe immer noch keine Kletterhandschuhe mit. Deshalb versuchen wir mal unseren Automatik-Lockpicker. Ach Gott. Wir laufen so schnell wie möglich hoch und suchen uns ein Bett zum drunterlegen. Mal gucken, ob uns das was nutzt. Aber die wissen ja nicht, wo wir hin sind. Mal gucken, wie blöd die Polizei jetzt ist. In den Müllcontainern haben sie mich ja bisher noch nie gefunden, wenn ich mich mal DAF versteckt habe. Sagt mir nicht, das funktioniert wirklich. Gibt zwar eine beschissene Bewertung für die Mission, aber... ...scheint wohl zu klappen. So, dann erstmal Barschwein. Das... ...dass... ...Gitarre... ...Waße... ...Flecken White... ...Inventar ist vorher. Okay, mach mal weit. Komm, das gibt's doch nicht. Schnell unter das Bett. Probieren wir es halt nochmal. Achso, die haben mich von draußen, vom Fenster aus gesehen. Der Einwohner. Also es ist schade. Schade, dass das Spiel einfach da steht. Oh, scheiße, haben sie mich doch erwischt? Okay. Ah, Mist, Mist, Mist. Gott. Wie spät ist es? Immer noch 7 Uhr irgendwas. Die sind alle 3 hier. Scheiße. Gut, dann hole ich wirklich mal meine Kletterhandschuhe. Wir haben ja scheinbar jede Menge Zeit, bis die Maashaus verlassen. Ich war mir sicher, ich hab die eingepackt. Aber dann kann ich da eigentlich mal schauen. Brechstange? Nö. Okay. La la la. Über die Grenze fahren. Zu Hause. Wo sind meine Kletterhandschuhe? Kletterhandschuhe. Kletterhandschuhe. Kochtopf. Kletterhandschuhe. So. Jetzt habe ich aber alles. La 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 la. La 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 la. Bremsen. Ohne zu viele Unfälle zu bauen. So. Schön. Fahrzeug abgestellt. Nicht einsteigen. Tür zumachen. Was gibt's da nicht? Sind alle drei noch da? Okay, der erste geht. Dun, dun, dun. Und ist verschwunden. Lauf ich mal hinter dem her. Kann ich jetzt hier rein? So. Sind wir oben. Ducken. Ducken. Ach, Mensch. Kommt, Leute. Das gibt's doch nicht. Die Tache klauen. Das klauen. So. Jetzt packe ich mich noch hier drunter. Mal schauen, ob die mich jetzt wieder erwischen. Hier kommt jemand. Nicht. Oh, 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 oh. Ich bewege mich nicht. Okay, der geht wieder. Der schaut zum Fenster raus. Jetzt kloppen wir nur noch den Fernsehen und gehen. Schnauze voll. Habe ich die Autotür aufgelassen? Warum leuchtet die so blau da vorn? Inventar ist voll. Dö, 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 dö. So. Erstmal Inventar. Brechstange auf Quick Slot. Oh, 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 oh. So, und jetzt nur in Ruhe hier raus. Oh, hier hängen Bilder. Mist. Mist. Hier war das Fenster auf. Gleich zwei Leute vorbeikommen. Schnell zum Auto. Schnell zum Auto. Oh, scheiße. Das war ja mal richtig schlecht. La, la, la. Naja. Geschafft ist geschafft. Ähm. Pfandhaus. Richtig. Du möchtest nicht jemanden sehen, seine eigene Klappe in der Pawn Shop. Du musst es erst abbrechen. Dann müssen wir jetzt mal nach Hause. Pfeilchen lernen, eventuell brauche ich dann auch wieder Werkzeug. Schauen wir erst mal nach Werkzeug. Juwelierwerkzeug, wer sagt es denn? Oh, und da fehlt mir ein Geld. Skills. Beobachtungsgabe, nein. Rucksack, nein. Beobachtungsgabe, Schlösser knacken. Mhm. Rucksack. Flinkheit. Mit extra Werkzeug. Beobachtungsgabe Level 2. Okay. Geschichte Pfeilchen Level 2. Wird wohl Beobachtungsgabe Level 2 sein. Ähm. Könnten wir machen. Aber ich glaube, ich nehme mal Rucksack. Und dann können wir erst mal mehr Sachen tragen. Da habe ich für das Juwelierwerkzeug eh noch kein Geld habe. Smartphone, Kopfhörer, Radio, Radio, Armbanduhr, Fernbedienung, Schach, Wein, Topf. 19,8. Okay. Nur kurz probieren, ob ich eventuell im Internet was vertickern kann. Antiquitäten, sonstiges, Küche, Elektronik, Autoteile, Kunst. Okay. Kann ich nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Dass wir so viel Geld brauchen. So ein paar billige Werkzeuge. Willkommen zurück. Hi. 50. Kopfhörer, jawoll. Radio, Radio. Puh. Fehlen immer mal noch fast 300. Ach Quatsch. Au. Los. Auffang. Rein. Ähm. Wo gehen wir jetzt mal hin? Dude, dude, du würde soナ passern. Alles versteht. Ich weiß nicht. Du. Oh. Tehh. Beinahe. Kann doch nicht sein, dass der immer zu Hause ist. Scheiße. Kann ich irgendwie nicht gut parken. Bleiben wir hier. Da ist gerade jetzt die Garage zugegangen. Ist der noch im Haus? Äh. Klein machen. Kurz schauen. Ich glaube, im Badezimmer habe ich noch nie was gefunden. Router einstecken. Bilder einpacken. Okay, der ist unter mir. Entweder hat er gerade das Haus verlassen. Oder keine Ahnung. Inventar voll. Scheiße. Halalala, wir kriechen weiter. Jetzt verstecken wir uns unter diesem Bett. Oha. 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 Mal schauen, ob wir es... Komm. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Okay. Er hat mich nicht gesehen. Okay. Super Polizei hier. Ich habe zwar den Fernsehen erst beim letzten Besuch hier zerstört. Aber die haben wohl gleich einen neuen gefunden. Okay. Der ist genau unter mir, der Kunde. Oha. Scheiße. 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 Oh Gott. Was ist denn jetzt los hier? Hier werde ich nicht gesucht. Hier ist niemand. So. In den Fischen verstecken. Alter. Es ist mein Vater. Es ist mein Vater. Mann. Etwas. Lame. Komm los. Verpisst deus. Kommt schon, niemand sieht mich. Kommt Müllcontainer, rein hier. So, ich weiß nicht, ich glaube ich beende mal hier die Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, bye bye.